Hallihallo, Christoph Ensslin hier von Mindfulfx. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich dir, wie man aus dem Strategie-Tester die Ergebnisse, die wir hier sehen, hier als Liste bzw. hier als Diagramm, ausleitet bzw. überleitet ins Excel. Und das geht ganz einfach. Als Excel-Platzhalter nutze ich Google Sheets, weil es ganz kostenlos ist und natürlich dann die Ergebnisse sehr, sehr leicht mit anderen geteilt werden kann. Also habe ich mir hier zum Beispiel ein Google Spreadsheet vorbereitet, einfach über Google Drive ein neues Spreadsheet eröffnet. Aber das geht natürlich genauso mit, oder sagen wir, ähnlich mit Excel. Aber ich zeige es jetzt hier am Beispiel des Google Docs, wie man es da reinkriegt. So, als allererstes, ganz wichtig, im Strategie-Tester, im MT4 und im MT5 werden die Zahlen immer im englischen Zahlenformat, im internationalen Zahlenformat dargestellt, also mit 0 Punkt, oder mit 1 Punkt 4 3 4 1 0. Das ist, im Deutschen ist es 1,4 3 4 1 0. Wir kriegen aus dem MT4, auch aus dem MT5 immer Punkt statt Komma. Und deswegen ist es wichtig, das Spreadsheet zuerst auf Englisch einzustellen. Und das geht hier bei Google Docs folgendermaßen. Wir gehen auf Files, dann File, dann auf Settings. Und dann hier bei Lokal stellen wir die United States ein. Ja, Time Zone können wir lassen, wie sie sind, wie sie ist. Aber hier bei Lokal, das ist wichtig, muss United States oder United Kingdom oder ein anderes englischsprachiges Land stehen. Und dann können wir hier auf Save and Reload klicken. Und dann wird das jetzt hier neu geladen. Während das neu lädt, können wir hier zurückgehen in unseren Backtest. Wie gesagt, wir haben hier einen Backtest laufen lassen. Hier ist egal welcher. Ich zeige es jetzt am Beispiel des MFX Bollinger Ausbruch Masters mit dem Euro-Candola. Das Setup, das ich euch in der Sondertraining Session zeigen werde am 17. und 18. Januar. Mehr Infos dazu unter mindfulfx.de forward slash sts. Und da geht ihr einfach jetzt hier auf Ergebnisse. Und dann mit Rechtsklick auf eine beliebige Zeile dieser Ergebnisse. Okay. Und dann könnt ihr hier alles kopieren auswählen. Das klickt ihr. Und dann geht ihr ins Spreadsheet zurück. Und dann können wir hier ganz, ganz einfach über Edit, Paste Special oder Inhalte einfügen, falls ihr die deutsche Version habt. Dann hier auf Values Only oder Werte, nur Werte klicken. Und dann wird das hier ganz einfach reinkopiert. Und zwar als verarbeitbare Werte. Hier ist 0,13 oder 0.13. Wir können das mal testen. Also wenn ich hier das mal 2 mache, kommt 0,26 raus. Ja, also wir können es verarbeiten. Und jetzt stellen wir das aber wieder um. Wenn wir es auf Deutsch weiter bearbeiten wollen, dann stellen wir das ganz einfach wieder um. Wir gehen auf File Settings. Und dann können wir jetzt, da die Daten drin sind, können wir jetzt hier wieder Deutschland auswählen als lokal. Und können Save & Reload machen. Speicherts. Lädt neu. Und jetzt sehen wir hier steht überall 0,13, 1,45 auch schon verwertbar als Zahl. Also das hier mal 2 zum Beispiel. Also das ist jetzt nur als Rechenbeispiel, um zu zeigen, dass es verwertbar ist. Ja, und was wir jetzt keine, nicht stundenlang hier Punkt mit Kommas oder sowas ersetzen müssen. Ja, damit hat sich das schon. Und jetzt könnt ihr hier arbeiten, analysieren, was ihr wollt. Könnt ihr damit machen. Ja, eure Statistiken ausführen, Grafiken anlegen, wie auch immer. Wir können ja auch aus dem Google Spreadsheet, können wir natürlich auch ein Excel runterladen. Hier zum Beispiel Download als Excel-Format. Wenn ihr es auf dem lokalen Excel weiterverarbeiten wollt oder im Open-Document-Format, Open-Office-Format, dann könnt ihr das entsprechend runterladen und zwar im deutschen Zahlen-Format dann. Ich hoffe, das hilft euch. Ich freue mich, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Und bis bald. Euer Christoph von MindfulFX. Ich freue mich, dass ihr euch das Video angeschaut habt.